Henrik Henke Larsson, MBE, ist ein ehemaliger schwedischer Fußballspieler und jetziger Trainer. Im Jahr 2005 zeichnete ihn der schwedische Fußballverband mit dem Titel König der schwedischen Fußballgeschichte zum besten schwedischen Spieler der vergangenen 50 Jahre aus. Er ist außerdem Rekordtorschütze des UEFA Pokals bzw. der Europa League mit 40 Treffern. Karriere als aktiver Vereine Larsson, dessen Vater aus Cap Verde stammt, begann seine Karriere beim Helsingborger Verein Högerbox BK als 1-7-J-Jähriger. Danach spielte er für Helsingborgsiv. 1993 wechselte er in die Niederlande zu Fahenort Rotterdam, für die er in drei Jahren in 101 Spielen 26 Toren erzielte. 1997 wechselte er nach Schottland zu Celtic-Lesko. Hier erzielte er 240 Tore, nach anderen Quellen 242 Tore, davon 174 in der Liga für Celtic. 1999 zog sich Larsson einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und fiel monatelang aus. 2001 gewann er mit 37 Toren in 37 Spielen den goldenen Schuh als bester Torschütze Europas. Für seine Verdienste um den Verein Celtic-Lesko wurde er mit dem Titel Member of the British Appear ausgezeichnet. Zu seinem Abschied organisierte Celtic ein Freundschaftsspiel gegen den FC Sevilla. 2004 wechselte er zum FC Barcelona. Dort war er zwar häufig nur Ersatzspieler und oft verletzt, avancierte aber dennoch zu einem der Publikumslieblinge. Im Dezember 2005 teilte er allerdings mit, seinen Vertrag in Barcelona nicht verlängern zu wollen und im Sommer 2006 in seiner Heimat nach Helsingborg zurückzukehren. Kurz vor seinem Abschied wurde er noch zu einem der Schlüsselspieler des Champions-League-Finales am 17. Mai 2006 in Paris. Nach seiner Einwechslung in der 61. Minute gab er zwei Torvorlagen, die vom 0-1 für Arsenal zum 2-1 und zum Titelgewinn für Barca führten. Im Sommer 2006 kehrte Larsson nach Schweden zurück, wo er einen Vertrag bei seinem alten Klub Helsingborg-Siv unterschrieb. Von Januar bis Mitte März 2007 war er auf Leihbasis für Manchester United aktiv. Am 1. November 2009 beendete er seine Karriere als aktiver Fußballer bei Helsingborg-Siv. Lief aber im Juni 2013 noch einmal für seinen ersten Verein Höger-Box-BK auf. Das Spiel gewann der Verein mit 4 zu 2. Dabei spielte Larsson mit seinem Sohn Jordan zusammen. Mit 52 geschossenen Europapokaltoren gehört Larsson zu den zehn erfolgreichsten Torschützen im Europapokal-Wettbewerb. Nationalmannschaft Auch in der schwedischen Nationalmannschaft konnte man sich schon früh von der Effizienz in der Chancenverwaltung des späteren Superstars überzeugen. Sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft gab er 1993. Erstmals für Furore sorgte Larsson bei der Weltmeisterschaft 1994. Durch einen Treffer im Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Rumänien und ein Tor im Spiel um Platz 3 gegen Bulgarien hatte der Angreifer Anteil am hervorragenden dritten Platz der Schweden. Bereits in der Qualifikationsphase zur Fußball-Weltmeisterschaft 2002 verzeichnete Larsson acht Treffer und kam mit drei weiteren Toren bei der Endrunde auf insgesamt 24 Treffer in 73 Ländern spielen. Nach der Weltmeisterschaft 2002 hatte er zunächst seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Eine massive Kampagne schwedischer Medien führten jedoch 2004 zu seiner Rückkehr. Es folgten drei Treffer bei der Europameisterschaft 2004 und fünf weitere im Rahmen der WM-Qualifikation für 2006. Bei seiner letzten WM-Endrunde in Deutschland krönte er seine erfolgreiche WM-Bilanz mit einem Treffer gegen England. Im Achtelfinale gegen Deutschland verschoss er zudem einen Elfmeter, wodurch Schweden mit 0 zu 2 schließlich ausschied. Nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 erklärte er erneut seinen Rücktritt. Wurde aber von Lars Lagerbeck zu einem Comeback für die Europameisterschaft 2008 überredet, wo er bis auf eine Auswechslung in der 87. Minute in allen drei Spielen durchspielte. Am 6. September machte er beim WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien sein 100-Länder-Spiel. Nach dem Rücktritt von Friedrich Jungberg wurde er Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft. Für die schwedische Nationalmannschaft stand er am 10. Oktober 2009 bei der 0 zu 1 Niederlage in der WM-Qualifikation in Dänemark zum letzten Mal auf dem Platz. Karriere als Trainer Larsson war ab der Saison 2010 Trainer des schwedischen Zweitligisten Lanskrona Beuys. Nach einem fünften Tabellenplatz im ersten Jahr rutschte die Mannschaft in der Spielzeit 2011 ins hintere Mittelfeld ab. In der folgenden Saison platzierte sich die Mannschaft als Tabellensechste. Nach drei Saisos trennten sich der Verein und Larsson Ende 2012. Zur Weiterführung seiner Trainerausbildung gehörte er in der Spielzeit 2013 dem Trainerstab seines Jugendclubs Högerbox-BK an. Am 5. Dezember 2013 übernahm Larsson den Trainerposten beim Erstliga-Aufsteiger Falkenbergs FF als Nachfolger von Aufstiegstrainer Hans Ecklund, der Kammer FF übernommen hatte. Er führte die Mannschaft in der Spielzeit 2014 zum Klassenerhalt, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag aber nicht. Mitte November 2014 wenige Tage nach Saisonende verpflichtete ihn sein ehemaliger Verein Helsing-Boxiff als neuen Manager nach englischem Vorbild. Er folge als Nationalspieler Weltmeisterschafts-Dritter 1994. Mit seinen Vereinen Niederländische Meisterschaft, KNVB-Pokal, Schottischer Meister, Schottischer Pokal, Schottischer Liga-Pokal, Spanische Meisterschaft, Spanischer Supercup, Kupa Karantza, UEFA Champions League, Trofeo Gamper, Englische Meisterschaft, Schwedischer Pokalsieger. 2006 Auszeichnungen schwedischer Spieler des Jahres, Golden Player Schwedens, Goldener Schuh, Member of the British Appear, Schottlands Fußballer des Jahres Journalisten-Wahl, Schottlands Fußballer des Jahres Spieler-Wahl, Torschützenkönig der schottischen Premier League, Fußball-Europameisterschaft 2004 All-Star-Team, Saisonübersicht, siehe auch, Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen. poisonous toen evidente Teil des Jahres, Colorado Hall discoverer, Stabil翌, Orleans aujourd'ung des Jahresour, Schottlands SiI Z-Wahl, Schottlands, louvers und christ Vielen Dank.